Hallo, hallo, ihr seid bei Kaos Kants, ihr seid bei Angie. Ja, Angie Goes Fashion, Teil 2, rauchblauer Laser. Ja, und im anderen Video habe ich euch schon meine Hose so angedeutet. Jetzt dachte ich, ich zeige sie mal ganz. Ja, sie hat hier an der Seite so Knöpfe, Einzug, Eintaschen, Einstecktaschen. Ja, ich finde, weiß passt ja sowieso zu allem, auch schwarz natürlich, aber jetzt habe ich mal die weiße Variante. Und es ist wieder eine Schlupfhose. Obwohl Business-Style, Schlupfhose. Ja, auch schön, absolut mein Style. Zusammen mit dem Laser, finde ich, sieht's cool aus. Verleuchten wir uns mal ein bisschen hier. Ja, dazu eine kleine weiße. Ich nehme sie kross. Also, ich finde das, obwohl es ja eigentlich so ein bisschen ein Business-Look ist, sieht's entspannt aus. Tja, gebt mir mal einen Kommentar, vielleicht ein Feedback, wie ihr mein Outfit findet. Einmal das erste, mit dem Pullover, auch in rauchblau. So, und jetzt hier mit der Bluse. Also, I like... So, jetzt kommt, jetzt kommt. Überraschung, Überraschung. Moment, Moment, muss man wieder anziehen. Jetzt werde ich ein bisschen kleiner. Schuhe aus. Ja, und das ist hier die Hose an der Seite die Knöpfe, Silberknöpfe. Tasche. Kurzer Reißverschluss. Ein Knöpfli. So. Und wie gesagt, hinten Gummizug. Also, eine edle Jobpants, könnte man auch sagen. So. Jetzt habt ihr alles gesehen, ne? Also, gib mir mal einen Kommentar, das wäre schön. Das war Angie und Kaos Kanz und vielleicht sehen wir uns bald wieder bei Angie Goes Fashion. Muah.